Prinz Harry, wütend, Kindermädchen enthüllt schockierende Geheimnisse über Meghan Markles vorgetäuschte Schwangerschaft und Scheidungspläne. War Meghan Markle wirklich schwanger mit Archie Harrison und Lily Bettiana, oder gibt es ein so schockierendes Geheimnis, dass es unsere Sicht auf die königliche Familie für immer verändern könnte? Tauchen wir ein in die neueste Enthüllung und erforschen die Gerüchte, die für Wirbel sorgen, das königliche Familiendrama, das niemand erwartet hat. Stellen Sie sich vor, Sie sind Prinz Harry, gefangen in einem Strudel aus königlichen Pflichten, öffentlicher Beobachtung und privatem Kampf. Gerade als sich der Staub zu legen scheint, bringt ein vertrautes Kindermädchen eine Bombe zum Platzen, die alles erschüttert, was Sie über Ihre Familie zu wissen glaubten. Eine vertraute Person im Haushalt behauptet, dass die Schwangerschaften, die Ihnen zwei Kinder bescherten, möglicherweise gar nicht echt waren. Wie würden Sie das verarbeiten? Klingt wie etwas aus einem skandalösen Roman, oder? Aber für Prinz Harry könnte dies Realität sein. Berichte sind aufgetaucht, dass ein ehemaliges Kindermädchen schockierende Details über Meghan Markles Schwangerschaften, oder das Fehlen solcher, offenbart hat. Und als ob das nicht schon schockierend genug wäre, gibt es noch mehr, angeblich gibt es einen Entscheidungsplan, der Harry angeblich verheimlicht wurde. Aber wie könnte eine solch gewaltige Täuschung, falls sie wahr ist, in einer der am meisten beobachteten Familien der Welt stattfinden? Tauchen wir ein in die Gerüchte, die Fragen, die sie aufwerfen, und was das für die königliche Familie bedeuten könnte. Gibt es irgendeine Wahrheit hinter den Behauptungen über die vorgetäuschte Schwangerschaft? Zunächst einmal müssen wir die zentrale Frage ansprechen, könnte Meghan Markle ihre Schwangerschaften mit Archie und Lilibet vorgetäuscht haben? Es klingt unglaublich. Schließlich hat die Welt gesehen, wie ihr Babybauch wuchs, die Boulevardpresse hat jede ihrer öffentlichen Auftritte obsessiv dokumentiert, und die königliche Familie war bei allem im Mittelpunkt. Aber Gerüchte über vorgetäuschte Schwangerschaften in der Welt der Prominenten sind nicht neu. Von Beyoncé bis Kim Kardashian haben wir gesehen, wie prominente Frauen beschuldigt wurden, Leihmütter zu verwenden, während sie Vorgaben, ihre Babys selbst auszutragen. Warum tauchen diese Behauptungen jetzt wieder auf? Könnte daran etwas Wahres sein? Die Vorwürfe stammen angeblich von einem vertrauenswürdigen Kindermädchen, das dem Paar während Meghans Schwangerschaften nahe stand. Laut den Quellen hat das Kindermädchen beruhigende Details geteilt, die darauf hindeuten, dass Meghan tatsächlich weder mit Archie noch mit Lilibet schwanger war. Es wird vermutet, dass eine Leihmutter benutzt wurde, aber diese Information wurde angeblich absichtlich vor Prinz Harry geheim gehalten, der glaubte, auf traditionelle Weise Vater zu werden. Schockierend, oder? Aber warum sollte Meghan so weit gehen? Der Druck der königlichen Erwartungen Um zu verstehen, warum jemand erwägen würde, eine Schwangerschaft vorzutäuschen, müssen wir einen Schritt zurücktreten und das größere Bild betrachten. Meghan Makele, eine berassische amerikanische Schauspielerin, die in die königliche Familie einheiratete, stand bereits unter immensem Druck. Jeder ihrer Schritte wurde analysiert, kritisiert und oft missverstanden. In einer Umgebung, in der jede Entscheidung der königlichen Familie auf Tradition beruht, wurde Meghan immer als Außenseitern gesehen, die versuchte, hineinzupassen. Stellen Sie sich den Druck vor, den sie gespürt haben muss, einen königlichen Erben zu produzieren. Die Öffentlichkeit, die Presse und vielleicht sogar Mitglieder der königlichen Familie könnten dies erwartet haben. Könnte das sie zu solch extremen Maßnahmen getrieben haben? Es ist zumindest eine Überlegung wert. Die komplizierte Geschichte der königlichen Familie mit Skandalen und Geheimnissen. Von versteckten Affären bis hin zu finanziellen Kontroversen haben sie viele PR-Abträume überstanden. Aber eine vorgetäuschte Schwangerschaft? Das wäre beispiellos. Es stellt sich die Frage, ist es möglich, dass der Druck, ein perfektes Bild aufrecht zu erhalten, Meghans Hand erzwungen hat? Und falls ja, wie konnte sie es so lange verbergen? Fangen Sie an, die Spannung zu spüren? Lassen Sie uns eine weitere Schicht aufdecken, die Rolle des Kindermädchens und die Insider-Perspektive. Die Rolle des Kindermädchens in dieser Enthüllung ist entscheidend. Als jemand, der wahrscheinlich Einblick in das Innenleben des Haushalts der Sussexes hatte, hatte sie einen Platz in der ersten Reihe bei Meghans angeblichen Schwangerschaften. Die Frage ist, warum sie jetzt an die Öffentlichkeit geht? Es wird spekuliert, dass die Entscheidung des Kindermädchens, zu sprechen, durch eine Kombination aus Schuldgefühlen und Sorge um Prinz Harry getrieben wurde. Es wird behauptet, dass Harry im Unklaren über die Leihmutter gelassen wurde und das Kindermädchen es nicht länger ertragen konnte, zu wissen, dass er getäuscht wurde. Aber warum sollte Meghans so etwas vor ihrem Ehemann verbergen? Einige Quellen behaupten, Meghans könnte sich gefangen gefühlt haben, aus Angst vor Harrys Reaktion, wenn er die Wahrheit herausfinde. Andere spekulieren, dass dies Teil eines umfassenderen Plans war, der mit der zunehmend angespannten Beziehung des Paares zusammenhing. Aber das wirft nun noch mehr Fragen auf, war die Beziehung von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Risse in der königlichen Ehe, der Scheidungsplan Die schockierenden Anschuldigungen des Kindermädchens fügen dem Drama noch mehr hinzu. Sie deutete auf einen geheimen Scheidungsplan hin. Meghans habe angeblich geplant, sich von Harry zu trennen, während sie in der Öffentlichkeit den Anschein der Einheit aufrecht erhielt. Warum würde sie das tun? Einige sagen, Meghans habe sich in ihrem königlichen Leben gefangen gefühlt. Vielleicht wollte sie in den USA mit Harry neu anfangen. War der Schwangerschaftsanspruch Teil dieses Plans? Harry muss die emotionale Last spüren. Er verlor früh seine Mutter und trat von seinen königlichen Pflichten zurück. Jetzt steht er vor dem Vorwurf, von seiner Frau getäuscht worden zu sein. Aber wie erholt man sich von so etwas? Was bedeutet das für die Zukunft der königlichen Familie?